das wäre auch sehr erkommen wo du es nicht die Waffenkiste lassen wir einfach hier oder was jajajajaj Moin scheißen knallharte Schläger Fail oh schlecht jetzt jetzt müssen wir echt Ballern 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 aber als zu gestern der Verstand der die Gegner werden für das am Main mein Geschichtsbringte mittlerweile über jeder war ich die ganze Zeit der EGF-Shotgang-Kennnisse Ort Warte mal was hab ich da gekriegt Oh nö man im Wind ist wieder voll leck mich was sagt denn Warte mal meine ist besser Zielneuigkeit Hey ähm hey danke dass du den Penner das Leben gerattet hast Ich geb's nur ungern zu aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere Vielleicht hast du Verwendung für ihn bis ich ihm den Hals umdrehe alles klar gut zu wissen neue Automaten das ist wunderbar und neue neue Waffenautomat da kann ich nicht mal weil die sind ja nur Level 19 Level 25 ist alles klar ja wer das Geld hatte kann es gerne ausgehen Loll Rocket Launcher 400 Schaden Alter Overpowered Naja die Sniper ist auch nicht schlecht schon und eine 90 und gut die Feuerrat ist für Arsch aber das ist bei Snipern immer so bin ich trotzdem für'n Arsch ja ist ja auch für'n Arsch ist das für'n Arsch ich verkauf da mal ein paar Dinge hier äh ich hab ne Level 4er Gun die Speicherdecks kauf ich mir ähm irgendwo anders sind die sind ja 16.000 Euro teuer EURO fail fail Wurde gab es sonst noch nein 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 nicht kaufen hey ja es gibt äh es gibt äh förderliche Klasse Berserker aber nur eins was Bombardierer was gibt mir da denn plus 33 Prozent Loser und Nachschlade der Typ auf Klo ist intelligent hä wieso der Typ auf Klo ist intelligent wer wieso wenn man reingeht dann guckt er einen an und wenn man wieder raus geht guckt er weg LOL Aktivierung der Schnellrad Klo ist Klo ist kann er auch benutzen Schnellreise ja jetzt schon oder später ja wir haben ja Schnellreise-Quest von dem gekriegt dann sind wir direkt in der Stadt also Klo Klo du hast ja du hast ja gar kein Leben ey ne oben links ist ja gar kein Strich bei mir lol soll ich mal eben mehr weg haben ne wenn ich dann das Fahrzeug einsteig ist ja eh wieder weg ich kenn mich doch ich hab so'n Glück das das Todeskreis Mann achso ok hoffentlich ist das Auto mit telepoliert obwohl der ist ja eh nur mit einer Station ne ja Fraps ist im Arsch ja sein Fraps ist im Arsch du weißt doch dass ich während Ladezonen cutte warum redest du dann während Ladezonen vor allem die es noch nicht wissen mein Fraps ist im Arsch das hast du schon gesagt du hast ja gesagt du kann ach lol ja ich ich hab ich hab wieder eingesetzt als du gesagt hattest für alle die es noch nicht wissen nachdem du das gesagt hattest hatte ich meine Reaktion reaktioniert und äh ja da kannst du halt ja noch da kannst du es ja dann wegschneiden ne du war ja eh schwach natürlich ist ja egal ja das weiß ich wir nehmen jetzt bei dem die Mission an ja damit damit er nicht jedes Mal labert ja genau das nervt nach einer Zeit echt also wenn du so Level 28 bist oder so wie ich jetzt mit einem anderen Charakter boah jedes Mal wenn du hier durchfährst wusstest du das Schatz händler ist in dem Aerith Battle eine neue Mission für dich hat achso du machst Berserker ist natürlich toll ja guten Tag I do 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 das zu meiner Oma gesagt nein das ist natürlich toll wenn er die nicht kennt dann kann er das auch nicht kennen was hat er denn hier für Angebote oh lol eine nicht schlechte Pistole egal die ist schlecht die ist aber auch noch zu toll 14.000 du kannst mich verarschen äh äh das ist für mich nix ich hab 72.000 ja wie sagst du so viel Geld ich hab grad mal ich ich hab 26.000 das ist ein das ist Epic Fail hier ja irgendwie schon vielleicht liegt es daran dass ich äh im Singleplayer immer farm in deinem Chef und die Mission schaffen wir jetzt natürlich wenn ich kein volles Leben habe natürlich nicht ich wollte doch noch aufladen egal Feigling das Licht ist doch schon an ich gehe ins da sind sie da sind sie da sind sie guck mal erstmal in das Auge ne also mit der Waffe ist die so leicht ja so geul geul einfach geul 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 ja ich spuck denn da du spuckers kack du spuckers kack du bist kack kannst du mir erstmal kannst du erstmal weggehen bitte danke du willst erst sterbefurchtig auch noch wir wollen alle sterbe ausgewachsener skack oder skack wie auch immer au also das ist jetzt voll die Schwierigkeit gegen diese dummen Gegner zu kämpfen weil die sind einfach nur mehrere nicht stärker ich dachte die werden jetzt stärker die sind genauso dumm wie immer die springen immer nur weg hey ich hab den ersten au und was war das denn was ist das ah das ist ein Alpha so ich schramm dir meine Faust jetzt in den Arsch hab ich gesagt man er will nicht er will nicht dass ich seine dass ich egal so dann ramme ich ihm halt meine Schrotzente in den Arsch mein Schrotzente macht eh mehr Schaden als Berserker ey ist noch wer lol ich fühl auch scheiße erledigt ihn komm Moment nicht wir ledig ihn vor oder komm ich will er nicht da und weg nein was ja gut besser vielleicht seh au ich seh du kannst ihn in Ruhe beschießen und nicht heilen was unendlich will äh äh wie ist er man fail wenn du so das denn oh Volver, kurz mir gleich an ist bestimmt schlechter von so ner Low Level Quest von so ner Low Level Quest und ne Scheiße egal haben wir eh eh nicht viel gehalt so 10 AP ja ich mein 10 AP 10 AP ist nix 10 AP ist fucking nothing yeah 4800 xp ich bin fast Level 20 geht ab ähm ja die nächsten Mission sind auf Level 20 nur kann ich da nicht mithalten weil ich als Level 18 bin ne ah ja stimmt ich bin auch Level 19 aber wir müssen noch ein bisschen so leveln vielleicht ich finde die Speicherdecks billiger ja fail die kosten hier nur volle fail was viel billiger sind die hier warte mal ich muss nachgucken ich glaub die haben aber auch weniger Munitionskapazität ja der hinten hatte 900 und hier hat die 720 da kaufst du natürlich die für 720 erstmal das reicht ja erstmal mal aber er hat's schon wieder gesagt Köder ausgelegt er wollten eh erstmal die Quest an ihm also machen wir dann doch wo ist das denn was bleibt denn das ist ne äh du bist ne äh du bist ne äh nix du sagst es mir nur die ganze Zeit aber ich weiß davon nix nix woher soll ich ja dann lasst doch jetzt mal da hingehen zu Sheep Sanders man dann machen wir die Mission noch schnell ja genau 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 die Mission ist wahrscheinlich dann auch noch Level 15 weil das ist so oft so 8 ja ja das wird dann wahrscheinlich wenn wir irgendwann Level 50 sind die genau machen können die bringt uns dann wahrscheinlich so gut wie 0 XP ja ja fail weil der läuft grad auf mich zu und äh die bringt uns schon viel XP aber äh ja in unserem Feld ist das nicht fehlt weil wir brauchen mehr da lebt noch ein Alphatieb ja wiedersehen so also markieren wir jetzt mal nicht irgendwas wir müssen irgendwas markieren an Quest okay das Schiefshänder war doch der der hier vorne steht an der Ecke oder so ne hinter uns läuft ein ausgewachsenes Gag Moment das war doch grad Gift Spuck was egal laufen halt zwei hier der ist das glaube ich oder? ja da ist der okay ich geh raus immer der der am Waffendingen sitzt ja was zum Teufel ja nein nein echt ja Level 13 ist die fail total fail wo muss man hin? Kaffee äh ok wir müssen zurück aber wünsens machen wir die jetzt da kriegen wir aber vielleicht vielleicht 10 XP